Meine persönliche Fußballgeschichte und diesmal mit dem Fußballspieler Stefan Kutschke. Stefan Kutschke habe ich im Sommertrainingslager in Österreich kennengelernt, als er zum SC Paderborn gewechselt ist. Als einer der wenigen Fans, die vor Ort waren, war er sehr interessiert, hat sich zu mir gesetzt, hat sich mit mir unterhalten. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und er hat sich sehr interessiert, wie so die Fanentwicklung oder der Fan-Strom in Paderborn ist. Und ja, das ist so meine persönliche Geschichte zu Stefan Kutschke.